Erinnerst du dich an den Moment, als du das erste Mal davon geträumt hast, Fußballprofi zu werden? Vielleicht als du dein erstes Tor geschossen hast, zum ersten Mal im Stadion warst, wo du das erste Mal das Trikot deines Lieblingsvereins getragen hast? Ich weiß, wie es sich anfühlt, diesen Traum zu haben. Als Jugendlicher war es auch mein größter Wunsch, Fußballprofi zu werden. Ich hatte kein großes Talent und wusste auch nicht, wie ich meine Ziele erreichen kann. Damals habe ich dann das Internet durchsucht. Wie wird man Fußballprofi? Fußballprofi werden mit X Jahren. Kann ich noch Fußballprofi werden? Gefunden habe ich nicht viel dazu. Aber eine Sache hatte ich, nämlich Beharrlichkeit. Ich habe kein einziges Matches Training ausgelassen, war oft noch so kicken auf dem Fußballplatz, bin dran geblieben und habe dann auch mit Einzeltrainings angefangen, die in meiner Entwicklung einen Schub verpassten. Und dann hatte ich endlich ein Probetraining in einem Nachwuchsleistungszentrum, Bayern, Regensburg und Wurdoch angenommen. Aber der Verein war über zwei Stunden von meinem Wohnort entfernt. Damals gab es noch keinen Fahrdienst und das Internat war, anders als wie auf der Website beschrieben, nur noch für Eishockey-Spieler. Ich wusste also weiter dranbleiben, habe mich auch hochgearbeitet bis in die 17 Bayernliga, wo wir nach der Hinrunde sogar auf einem Aufstiegsplatz zur 17. Bundesliga standen. Aber weiter ging es dann noch nicht mehr. Und als ich merkte, dass ich meinen Traum im Probifußball nicht mehr erreichen konnte, habe ich mich entschieden, anderen dabei zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Ich habe mich damals neben meinem BWL-Studium als Individualtrainer selbstständig gemacht und konnte beeindruckende Ergebnisse erzielen. Aber bereits mein erster Kunde hatte nach nur einem Jahr einen Probetraining in der U15 des FC Bayern München, obwohl er zuvor nur in der Kreisklasse gespielt hat. Mit meinem zweiten Kunden habe ich erreicht, dass er bei den zwei Jahre älteren im NLZ spielt. Heißt also 13 Jahrgang in der U15 Regionalliga, also 15 Jahrgang dann in der U17 Bundesliga beim FC Bayern München und nächste Saison geht es für ihn in die U19 Bundesliga. In dieser Zeit habe ich auch viele weitere Spieler trainiert und ihnen geholfen, in ein Nachos License-Centrum zu kommen und in ihren Jahrgang zu dominieren. Und durfte schon Herren Regionalligaspieler trainieren, die jetzt in der ersten Bundesliga spielen und bei der Weltmeisterschaft gespielt haben. Es ist eine unglaubliche Freude, solche Fortschritte zu sehen und ich kann es kaum erwarten, das gleiche mit dir zu erleben. Bei meinem Training lege ich großen Wert auf technische Details, die per Videoanalyse geschult werden, setze Speed auf 1 gegen 1 und Weitfüßigkeit. Ein weiterer Ansatz ist die Entwicklung zu 360-Grad-Spielern, die eine hervorragende Übersicht, Orientierung und Wahrnehmung besitzen. Doch mein Ansatz geht über reine Trainingsanheiten hinaus. Ich biete meinen Spielern ein umfassendes Experten-Netzwerk, das Bereiche wie Ernährung, Neuroathletik, Rehabilitation, Mannschaftsführung, Regeneration, Mentaltraining und vieles mehr abdeckt. Meine Philosophie ist es, die Unterstützung zu sein, die ich selbst nicht hatte und alles abzudecken, was ein Spieler braucht, um im Fußball erfolgreich zu sein. Mit mir an deiner Seite hast du nicht nur einen Trainer, sondern einen Mentor, einen Unterstützer und jemand, der an dich glaubt. Denn dein Ziel ist mein Ziel. Ich bin Sebastian Pilz, dein Fußball-Indial-Trainer.